Ich setze mich als Freie Demokratin im Landtag dafür ein, dass unser Land führender Standort für Wissenschaft, Forschung und Innovation wird. Wir brauchen die klügsten Köpfe, um die Herausforderungen der Digitalisierung und der KI erfolgreich zu gestalten und Heimat wettbewerbsfähiger Industrie zu sein. Eine bürgerorientierte digitale Verwaltung, in der alle Verwaltungsleistungen nicht nur digital beantragt, sondern medienbruchfrei und schnell bearbeitet werden, muss dazu Ihren Beitrag leisten. Insbesondere für neuen Wohnraum bieten Innovation und Digitalisierung ein großes Potenzial, Planung und Genehmigungen zu beschleunigen. Innovative Materialien und Bauverfahren sowie smarte Gebäudebewirtschaftungssysteme ermöglichen bewohnerorientiertes, wirtschaftliches und nachhaltiges Bauen. Wohnen ist ein Grundbedürfnis zur Miete und dem Eigentum.